Gregor Schöler ist ein deutscher Arabist und Islamwissenschaftler. Gregor Schöler war von 1982 bis zu seiner Emeritierung im September 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Islamwissenschaft der Universität Basel. Er war Gastprofessor an der École Pratite des Hautes Etudes à la Sorbonne in Paris. Publikationen Abuela el-La Alma-Ari Paradies und Hölle Die Jenseitsreise aus dem Zen-Schreiben über die Vergebung Aus dem Arabischen übersetzt und herausgegeben C. H. Beck, München 2002 ISBN 3-406-4844-6-8 Charakter und Authentiz der muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds D. Greuter, Berlin U. A. 1996 ISBN 3-11014862-5 Einige Grundprobleme der autochtonen und aristotelischen arabischen Literaturtheorie A. C. Malquata kann es Kapitel über die Zielsetzungen der Dichtung und die Vorgeschichte der in ihm dargelegten Gedanken Steiner U. A. Wiesbaden U. A. 1975 ISBN 3-515-019669 Arabische Naturdichtung Die Zaryat, Rab-Iyat und Raudiyat von ihren Anfängen bis Asana-Ubari Eine Gattungs-Motiv- und stilgeschichtliche Untersuchung Steiner U. A. Wiesbaden U. A. 1974 ISBN 3-515-018387 Hmm